Breaking News, wir unterbrechen einmal das aktuelle Programm, denn es gibt Neuigkeiten. Wir haben brandneue Produkte für Sie. Ja, die gibt es eigentlich noch gar nicht. Die kommen erst und die kann man dann erst im kommenden Katalog bestellen. Aber Sie sind ja Pearl TV Zuschauer und Sie sind clever und deshalb sehen Sie die neuesten Produkte jetzt schon vorab hier bei uns bei Pearl TV. Wir zeigen sie Ihnen und Sie können dann jetzt schon vorab bestellen. Also Sie haben die Produkte dann als allererstes zu Hause. Und hier, da sind Sie, wunderschön, unsere traumhaften, wunderschönen Kamine, unsere Laternen, könnte man sagen. Das ist eine absolute Innovation, eine Neuheit, die wir hier haben. So etwas habe ich persönlich auch noch gar nicht gesehen und ich bin total begeistert. Also das ist ja wirklich so stimmungsvoll und so elegant das Ganze. Und Sie können jetzt schon bestellen, obwohl es sie eigentlich ja noch gar nicht gibt. Ja, deshalb bitte gleich zugreifen, bevor die dann ausverkauft sind. Und wir beginnen direkt mit dem ersten absoluten Deko-Highlight. So, jetzt schauen Sie sich bitte mal den Preis an. 18,91 Euro für einen Deko-Kamin, der eine Echtflammenoptik hat. Ist der absolute Wahnsinn. Und Kathi, bisher gab es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich hatte einen echten Kamin zu Hause oder habe einen echten Kamin zu Hause. Oder B, ich entscheide mich für einen Elektro-Kamin. Elektro-Kamin ist meistens schwer und vor allem auch an irgendwelche Steckdosen gebunden. Und das ärgert einfach viele Zuschauer in ihrer Dekorationsfreiheit, in ihrer Kreativität. Und deshalb kommt jetzt wie gerufen hier unser elektrischer Deko-Kamin mit Echtflammenoptik, der Batterie betrieben ist. Das möchte ich Ihnen mal kurz zeigen, wie toll unabhängig Sie den jetzt hier dekorieren können. Schauen Sie sich das mal an. Der hat hier oben so einen Metallring, einen sehr robusten Metallring, an dem Sie entweder den Deko-Kamin aufhängen könnten. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt hier eine schöne dicke Kordel haben oder vielleicht auch eine Schnur zum Beispiel und auch eine Aufhängung zum Beispiel in Ihrer Decke, könnten Sie den jetzt ganz hervorragend aufhängen oder natürlich auch überall, wo Sie wünschen, einfach aufstellen, so wie wir das jetzt hier gemacht haben. Denn der ist dank Batteriebetrieb super, super unabhängig und kann deshalb überall dort dekoriert und aufgestellt werden, wo Sie das jetzt wünschen. Da kommen übrigens zwei Batterien des Typ-C-Babys rein. Werden wir Ihnen gleich im Anschluss dieser Sendung auch noch vorstellen, weil das jetzt eigentlich ja keine Batterie ist, die man geläufig zu Hause hat. Deshalb haben wir gesagt, nehmen wir die gleich mit in die Sendung, damit Sie die dazu bestellen können. Schauen wir uns aber erstmal genauer diesen wunderschönen Elektro-Kamin an, der von der Optik her super nostalgisch gemacht ist. Ganz toll verspielt jetzt einmal hier das Design unseres Elektro-Kamins. Und vor allem hat er jetzt hier auch eine ganz, ganz fantastische und vor allem täuschend echte Kaminfeuersituation integriert. Das erfolgt dank drei LEDs, die sich einmal hinter unserem Brennholz befinden, hinter unserer Glut, die jetzt dafür sorgen, dass dieses orange-rot-gelblich-farbene Flammenspektakel und Spiel hier ganz hervorragend zündet und für einen super realistischen dreidimensionalen Flammen- bzw. Kamin-Effekt sorgt. Wir sind bei einer Höhe von knapp 30 Zentimetern, also auch schön groß jetzt und sehr, sehr toll gemacht. Und vor allem super robust dank Metallgehäuse. Das finde ich jetzt auch immer ganz, ganz wichtig, dass man hier natürlich auch was Stabiles hat, was man jetzt wirklich auch unabhängig vom Winter jederzeit als Dekorationselement stehen lassen kann. Jetzt ist sowas natürlich super schön, Kati, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, vielleicht auch als kleines Mitbringsel zum Beispiel, als Geschenk. Sowas bringt einfach Behaglichkeit und Wärme nach Hause und so unkompliziert und günstig war es wirklich noch nie. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, dass es sich hier um reine Dekokamine handelt. Ja, keine Wärme, kein Feuer, nichts, reines Flammenbild, das wir hier haben, überall zu verwenden, vor allem auch ganzjährig zu verwenden. Das ist halt das Schöne, auch im Sommer, wenn es ganz, ganz heiß ist, haben Sie hier dieses tolle Feuer, diesen Feuereffekt, weil es halt keine Wärme ist. Es ist diese tolle Stimmung, die man dann auch aus den Urlaubsländern kennt. Die haben ja auch immer diese tollen Flammeneffekte. Carlo Milano Qualität 18,91 Euro, die NX81, 62 und die 569 hier brandneu bei uns. Superschön zum Aufstellen, Aufhängen und die Qualität, die ist hier begeisternd, weil es ist richtig dieses Metall, wunderschön hochwertig gearbeitet. 18,91 Euro, NX81, 62,569. Brandneu gibt es eigentlich noch gar nicht. Das ist eine TV-Premiere hier für Sie, ja, erst im kommenden Katalog eigentlich zu bestellen. Und wir haben noch eine zweite für Sie und schauen Sie sich das mal an. Das ist natürlich hier sensationell jetzt. Der wird gleich vergriffen sein. Der wird gleich vergriffen sein. Das Sonderkontingent, was wir auf Lager haben, wird dann gleich wechseln, liebe Zuschauer. Ich will da ja nicht zu voreilig sein, aber ich finde den ja fast noch ein bisschen heimiger, noch ein bisschen kuscheliger. Ganz einfach durch dieses tolle Gitter und durch diese stattliche Größe, die wir jetzt hier haben, ist das, wie ich finde, wirklich die creme de la creme der Deko-Elemente und Artikel für die bevorstehende Weihnachtszeit. Und das zu diesem spitzen Preis. Jetzt im Vergleich sieht man gleich, dass dieser Deko-Kamin deutlich größer ist. Der ist fast 10 Zentimeter größer als das Modell, das wir Ihnen jetzt gerade gezeigt haben. Und der liegt bei knapp 40 Zentimetern in der Höhe. Hier auch wieder drei LEDs integriert und diese realistische, wunderschöne Flammenoptik mit dieser Brennholzglut, die wir hier haben. Metallöse, Metallring zum Aufhängen und natürlich auch wieder ein robustes, massives Metallgehäuse mit wunderschönen Elementen für eine nostalgische Optik und für ein besonderes Design. Auch hier wieder unabhängig dank Batteriebetrieb. Zwei Batterien des Typ Cs Baby werden hier integriert, werden wir Ihnen jetzt gleich noch zeigen im Laufe der Sendung, wo Sie dann auch gerne zugreifen dürfen. Und sowas ist ein absolutes Highlight. Das ist vor allem jetzt auch ein wunderschöner Dekorationsartikel, zum Beispiel für Räume oder auch für wunderschöne Orte, zum Beispiel, Kati, wo jetzt zum Beispiel auch echte Flammen gar nicht erlaubt sind. Das können Seniorenheime sein, das können jetzt aber auch Krankenhäuser sein, wo man jetzt auch eine sehr, sehr schön heimige Atmosphäre verschenken möchte, wo man auch eine Behaglichkeit verschenken will. Was familiäres. Für uns bedeutet ja so ein Flammspiel, das Züngeln der Flammen, immer so Ruhe und Erholung und Behaglichkeit ganz hervorragend. Oder auch einfach für diejenigen, die sagen, Mensch, mit den Kerzen, das ist mir jetzt einfach auf Dauer auch zu tricky geworden. Ich habe da Angst, dass da was passiert, dass ich die vergesse. Man schläft ja doch mal gern ein auf der Couch. Da ist das wirklich hervorragend. Ja, man hat trotzdem dieses behagliche Licht, diese behagliche Stimmung. Auch zum Beispiel für den Eingangsbereich finde ich das ganz toll, wenn man sowas in den Eingangsbereich stellt. Das ist so schön, in den Flurbereich einfach sowas aufgestellt oder aufgehängt. Das schafft so eine tolle Stimmung. Und jetzt für 25,56 Euro. Das ist phänomenal. Sensationell, ganz neu hier. Eine unglaubliche Qualität für den Preis. Also hier von Carlo Milano das Design. Auch hier für Sie NX81, 51 und die 569. Bitte schnell zugreifen. Brandneu hier bei uns. Es ist eine TV-Premiere. Es ist eigentlich noch gar nicht verfügbar. Aber hier für Sie, für die Pearl-TV-Zuschauer, für unsere Pearl-TV-Familie jetzt schon zu haben, unsere neuen Produkte. Wichtig ist, dass Sie die passenden Batterien benötigen oder dann zu Hause haben, weil die sind natürlich hier für diese Produkte dann zu benutzen. Es ist alles mit Batterien. Das ist auch toll. Man braucht keine Steckdose, nichts, kann es individuell einsetzen. Das ist doch das Schöne. Gerade jetzt, zur Jahreszeit, braucht man die Steckdosen doch für Lichterketten oder vielleicht auch für Heizlüfter und Co. Da will man die Deko unabhängig haben und dann nicht noch Steckdosen belegen. Hier übrigens die Batterien. 4,66 Euro nicht für zwei, sondern Sie bekommen vier. Das heißt, zweimal dieses Paketchen, die einen habe ich jetzt schon mal eingelegt, da kommen immer jeweils zwei in einen Dekokamin. Also zwei Stück kommen in einen Dekokamin. Vier Stück bekommen Sie jetzt hier für 4,66 Euro. Dieser Batterien-Typ C, liebe Zuschauer, Typ C Baby, habe ich vorher auch noch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz hervorragend. Und hier nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass man den Großen bei uns jetzt nicht nur mit den Batterien betreiben kann. Bitte die Batterien einmal einlegen, aber ich könnte ihn jetzt theoretisch auch per USB immer wieder nachladen. Das ist ganz, ganz wichtig. Da gibt es das Kabel gleich im Lieferumfang mit dabei. Das gibt es dann mit dazu. So sieht das Ganze aus. Da können Sie dann auch über USB, sprich Micro-USB, den theoretisch immer wieder nachladen. Das ist natürlich auch toll. Also hier die Batterien für Sie. Das Vierer-Pack der Batterien PX15, 97 und die 569 gleich mitbestellen, damit Sie genügend Batterien immer da haben. Sie sind ja schon ein bisschen spezieller, diese großen Runden. Und unsere neuen Deko-Feuer hier, diese tollen Laternen. Das ist richtig Metall, eine Wahnsinnsqualität. Und die Preise sind einfach phänomenal, die wir hier für Sie gemacht haben. Ganz neue Produkte hier bei uns im Programm, jetzt hier für Sie schon zu bestellen. Eine TV-Premiere und Sie waren live mit dabei.